Geht's dir gut? Mein Geldbeutel ist geklaut worden und jetzt finde ich meine Notfallnummer nicht mehr. Die klauen mir noch das letzte Hemd hier, die ganzen Kriminellen. Kannst du deine Karte nicht im Videochat sperren lassen? Bei der Commerzbank dauert das nur ein paar Sekunden. Nein. Äh, Max? Ja? Wo ist denn dein Hemd? Wie? Ja? 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 Ja?